Dr. Infernus galaktisch gutes Abenteuer. Ihr werdet nicht glauben, was gerade passiert ist. HILFE! Was ist denn mit dir schon wieder los? Hilfe! Hilfe! Hast du etwa schon wieder von den Weihnachten gehört? Nein, viel schlimmer! Oh nein! Von Aliens! Du betreibst mich in den Wahnsinn! Wenn ich es ehrlich sage, Aliens! Genau! Und? Und welchen Aliens denn? Wie Aliens könnten sich schon mit unseren Köpfen merken? Und... Wah! Oh! Sehr gut! Den wollte ich eh wegräumen! Der ist noch von Weihnachten! Also! Hört mir die ab! Schön, dass ich helfen konnte! Ja! Ho ho ho! Nein! Noch viel schlimmer! Nein! Ich bin schon wieder! Nein! 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 Rettet mich! Rettet mich! Ich... Oh ho ho! What the f- What? Uns zusammenhängen! Was zum... Ich werde von Aliens verfolgen! Sind jetzt alle durchgedreht! Glaub uns! Der Geschenkesack gehört dir, wenn du uns glaubst! Ich glaube auch nicht! Wir! Viel Spaß damit! Der ist ja leer! Natürlich ist der leer! Das dauert doch noch bis Weihnachten. Oh Scheide! Wir haben wichtigere Probleme als ein Geschenke, sagt Weihnachtsmann. Welche denn? Äliens, hallo? Ach rede doch nicht von Äliens! Gib mir lieber meinen Kaffee! Was? Ihr habt mich richtig verstanden. Gib mir lieber die Hochverdruckte Entfüllen! Waaah, die Christolibas! Nein! Nein! Das ist unlogisch! Wieso willst du sie haben? Nein! Sie sind mir untergefallen! Why? Was ist das so? Waaah, die Christolibas? Ha 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 ha! Juhuah! Waaah! Waaah! Oh man, das ist ein nervig ist das! Waaah! Waaah! Was zum Teifel? Muhaha! Weihnachtsmut? Ich hatte recht! Nein! Oh nein! Nein! Wer fliegt denn das Teil? Wer fliegt da... Was hat die Feinde zum Losgesprungen? Was will es denn jetzt haben? Nein, meine Hand! Nein, komm zurück! Nein! Mit dich! Wow, was ist hier gerade passiert? Höi, höi! Ganz ruhig! Moment, du warst denn in der Kontrolle von denen? Ja! Aber was, Elmsor? Oh Mann, sie haben meine Haare, sei nicht gehört! Er nimmt so lange den Geschenke, sagt er zu. Oh, danke. Das sieht doch gut aus. Okay, weiter geht's. Ich sag nichts. Huuuuh, raufruf zum Motorrad. Hey, warte, gefällest du vorwärts, 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 vorwärts! Ich will euch Hilfe geben. Hey, meine Haare! Alle sind durchgedreht. Yay! Hey! Inzwischen bei den Ergiebenz! Wunderbar, endlich, endlich ist mein Ferngeschmolz. Die Herren schmecken nicht, kann ich was anderes zu essen haben? Nein! Oh je, das wird echt schmur. Wie das ist? Hey! Auf Wasser! 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 Auch Wasser! Auf Wasser! Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Nur, wir haben den Rest dann rein. Das war's für heute. Das war's für heute. Dankeschön! Ich bin hieresi- Ich bin hier Ki offensive, Hier sind die. Ach! Deton komplett begonnen. Was? Oh mein Gott. Anscheinend haben deine Haare geworben. Wer geht mit dir zerstören? Nein! 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 Geh weg! Schnell! Wir müssen hier weg! Wir müssen retten! Aber weißt du mal? Die ist jetzt egal! Was ist das? Schnell weg hier! Sie entkommen! Lasst sie nicht entkommen! Wir lassen sie sicherlich nicht entkommen, Sir! Los! Einsteigen! Oh Gott! Yay! Nein! Sie schießen! So! So! Sie steigen! Jetzt seid ihr geliebt! Wir lassen ihn nicht! Dieser Schrott! Autsch! Na ja! Wir tun keine ja nicht! Wenn man ihn richtig benutzt, dann kann er fliehen! What the hell?! Äh! Nicht! Was macht ihr damit immer dahin? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Mmm. Ja. Danke! Danke, danke, danke. Danke, danke. Vielen, vielen Dank. Das ist die Arme. Das ist das Schmutz. Das ist das Schmutz. Ich bin gut. Nein. Nein. Ja. 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 Ja, dann muss ich. Hey! Nein, so werden wir uns von ganzen Kühlen zu stehen. Du hast gesagt, wir werden gewinnen. Hab ich das? Ja, hab ich. Und ich behalte recht. Das ist ja ein paar Einsätze. Das ist ja ein paar Einsätze. Das ist ja ein paar Einsätze. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das war die Umschätzung ein bisschen blau, aber das ihr jetzt vernähtestes ist schrecklich. Julio! All right! Hey! Lasst uns, lasst! Lasst uns, wir haben uns! So! Die werden uns jetzt erst mal nicht mehr stören können! Jetzt lassen wir mal wieder mit diesen ein. Die ist mir! Jetzt? Weiter im Text! Jetzt gehen wir fort! Wir müssen hier irgendwie rauskommen. Die Frage ist, wie? Ein Seelencode knacken. Das ist mein Seelencode zu knacken. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die gehen so weiter! Ganz leise! Wir müssen da rein! Da ist noch jemand gefangen! Wir müssen aufpassen! Nicht, dass wir noch ertappt werden! Warum muss ich diesen Job nehmen? Warum habe ich diesen Job genommen? Es ist sinnlos! Was? Wie hast du diesen Job? Ist sinnlos! Oh! Guten Tag! Besucher! Was? Geh weg! Geh du weg! Egal, ich hab den Job eh nicht gemacht. Dreht, Nina. Was? Ich hätte es ziemlich früher sagen sollen. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Was bist denn du für eine? Du erinnerst mich an meine Kindheit. Und so hast du auch so aus. Aber genau. Hm, ich bin ein DJ. Moment. Willst du damit sagen? Dann gib uns nach der Vorstunde ein Bier. Hallo Sklau. Ich werde mich auch an die Kleppen setzen. Ja. Wo sind deine Haare? Hm, die müssen dir irgendwo haben. Wo sind deine Haare? Hm, ich geb dir gleich deine Haare. What? Hm, hm, hm. Wenn's um meine Haare geht, gibt's sie niemanden. Heier! Meine Haare! Meine Haare! Meine Haare! Jetzt! Ah, ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ach du mein Gott. Ich bitte sofort, wie du an der Hand nehmen. Guten Tag. Hallo? Boah, Weihnachtsmann bist du, oder? Ja, aber nur ein Hologramm. Naja, halb Hologramm. Ja! Das geht nicht mit rechten Linken. Naja, denn jetzt kommt es los. Okay. Oh, das ist englisch. Und das ist ein Einzelnenstein. Das sind so fünf Frisch. Ich habe noch nicht die Freunde hier. Ich habe noch keine Einzelnenstein vom Atem. Ich werde Möchte. 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 Ich werde Möchte.